Servus meine Diggis, hier ist wieder heut euer Slippy. Heute gibt es mal nette Kommentare und Heter-Kommentare. Lasst euch überraschen. Ich grüße hier mal Zombie. Schön, dass du meine Videos anschaust. Viele Grüße. Proleten. Guter Content, gute Quali, guter Ton, weiter so. Was hast du gesagt? So geht's. Nice man. Nice man. Nicht Eismann. Das letzte ist Fake. Der Wegen ist kurz und der Schiene ist Spastis. Der Schiene? Der Wegen? Der Schiene? Der Wegen? Der Schiene? Der Wegen? Äh was? Ich bin gerade so geil im Urlaub. Schaut wo ich bin. Scheiße. Das klingt ja schlimmer als Paulana. Mein Video über ihre Hater XD. Du Liebkummer. Doppelpunkt Strich oben D. Paulana kann reden? Paulana! Paulana rede mit mir! Der fehlt nicht mit Lachen. Mendo! Bitte, bitte sei ruhig. Lösch deinen Kanal. Geh mal zum Deutschkurs für Analphabeten. Schau dir doch meine Beweislager an. Bring dich um. Okay. Danke, dass du ihn umgebracht hast. Du fühlst dich gut. Tanzverbot hat zumindest Kontakt zu KuchenTV. Und du? Du würdest dich nur pushen. Toll. Kann man sich wirklich bei dir nicht pushen? Hm. Nö. Wenn dann haut KuchenTV dir auf die Fresse. Nein! 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 Das ist gut. Oh, hi! Tada!